Du bist ja ein bisschen müde. Das ist richtig. Wie sieht denn so der typische Ferris MC On Tour Tag aus? Was hast du bis jetzt schon alles gemacht? Mit den Klingeltönen, damit beschäftige ich mich gar nicht so. Das habe ich jetzt auch von dir erfahren, weil ich sogar so selten auf meine Homepage gehe, dass ich das noch nicht mal wusste, dass das jetzt mal mittlerweile angeboten wird. Das ist einfach ein Flatten für ein Jux, damit sie mal checken. Sie wollen damit versuchen, glaube ich, irgendwie ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist alles. Ich weiß noch nicht mal, wie viele Prozente. Ich glaube, ich kriege da ein paar Prozente von pro runtergeladenes Ding. Das ist alles. Das ist einfach nur, das ist nur Geschäft. Ja, mir ist das egal. Ich soll die Klingeltöne machen. Hauptsache, in meinem Vertrag steht, so und so viel Prozent gehen an mir runter. Und dann ist gut. Wenn ich dafür bezahlt wäre, sollen die machen, wie die wollen. Man verdient als Rapper jedenfalls nicht so viel, wie man verdienen würde wollen, wenn man ich ist. Was sind denn so deine drei Party-Basic-Tipps von Ferris MC zum richtig Party machen? Braucht man nur saufen und dann geht die Party auch schon alleine los. Du hast ja einen Song gemacht auf deinem Album, der heißt Fick dich. Wem würdest du denn gerne so momentan diese zwei Wörter gerne mal an den Kopf schmeißen? Weiß ich nicht. Was wünschst du dir denn für dieses Jahr? Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020